Schimmel in Wohnräumen ist ein häufig auftrete Endies Problem, das unangenehme Folgen haben kann, Pilzsporen können gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen, Schwindel und Atemwegsbeschwerden auslösen. Die häufigste Ursache für Schimmel ist eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, zum Beispiel durch undichte Bereiche oder Wasserschäden. Luftentfeuchter dienen dazu, die Feuchtigkeit in der Raumluft zu reduzieren und einer Schimmelbildung vorzubeugen. Viele Feuchtigkeitskiller sind mit Ionisierern und Staubfiltern ausgestattet. So säubern sie die Luft und fördern ein angenehmes Raumklima. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Comfy MDDN 12D7 Luftentfeuchter Miko Mea Kodri Arte One 20 Liter Luftentfeuchter. Der Luftentfeuchter Comfy MDDN 12D7 ist ein Kompressionstrockner und erreicht mit seinen 340 Watt eine Trocknungsleistung von bis zu 12 Litern pro Tag. Das Gerät für den Hausgebrauch eignet sich für eine Raumgröße von bis zu 20 Quadratmetern und einem Raumvolumen von 50 Kubikmetern. Der Luftentfeuchter funktioniert bei Temperaturen zwischen 5 und 35 Grad Celsius und ist mit einem 2 Liter Wasserbehälter ausgestattet. Ein integrierter Schlauchanschluss ermöglicht es, einen Drainageschlauch anzuschließen und das Wasser direkt abzuleiten. Die maximale Betriebslautstärke beläuft sich auf 45,5 Dezibel. Mit automatischem Neustart, wenn die Stromverbindung unterbrochen wird, übernimmt der strombetriebene Luftentfeuchter die letzten Einstellungen und arbeitet per Automatikbetrieb weiter. Der Luftentfeuchter von Comfy hat an der Oberseite ein Bedienfeld, sodass er einfach bedienbar ist. Den Mittelpunkt bildet eine kleine Digitalanzeige, über die der Nutzer dank integriertem Hygrometer und Hygrostatsteuerung die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen kann. Für eine noch stärkere Luftentfeuchtung hat das Gerät einen Turbomodus. Den Transport erleichtern Rollen und ein integrierter Tragegriff. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist der Entfeuchter mit einer Frost- und Überlaufschutzautomatik ausgestattet. Weiterhin bietet der Comfy MDDN 12 den 7. Timer-Funktion. Abtaufunktion für eine störungsfreie Nutzung bei niedrigen Temperaturen. Herausnehmbarer Staubfilter. Wasserstandanzeige. Was bedeutet Frost- und Überlaufschutz? Luftentfeuchter kommen häufig auf Baustellen oder in Kellern und Garagen zum Einsatz. In der kalten Jahreszeit besteht außerhalb von beheizten Räumen das Risiko, dass die Kühlflüssigkeit des Entfeuchters einfriert. Dabei dehnt sie sich aus und kann das Gerät beschädigen. Ein Gerät mit Frostschutz schaltet sich automatisch ein, bevor die Kühlflüssigkeit einfriert. Der Überlaufschutz sorgt dafür, dass sich der Luftentfeuchter automatisch ausschaltet, wenn der Wasserbehälter voll ist. Das zweite Produkt ist Duronic DH 05 Luftentfeuchter Comfy MDDN 12 den 7 Luftentfeuchter. Der Duronic DH 05 Luftentfeuchter ist ein kompaktes Gerät, das für den Einsatz in kleinen Räumen mit 10 bis 15 Quadratmetern Grundfläche eignet. Der kleine Luftentfeuchter arbeitet mit einer Leistung von 22,5 Watt und kann bis 250 Milliliter Wasser binnen 24 Stunden aus der Raumluft entfernen. Zum Auffangen des Kondenswassers hat das Gerät einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 0,5 Litern. Die Betriebslautstärke liegt bei 44 Dezibel. Der Duronic DH 05 arbeitet laut Hersteller am besten bei einer Temperatur von 20 bis 30 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von über 80 Prozent. Liegt die Feuchte unter 60 Prozent, entfernen Luftfeuchter laut Hersteller meist weniger als die angegebene maximale Menge. Der Luftentfeuchter soll Feuchtigkeit in der Wohnung effektiv bekämpfen und für ein gesundes Raumklima sorgen. Die Bedienung des Raumentfeuchters erfolgt über eine Ein- und Ausschalttaste. Das Gerät hat eine grüne LED-Beleuchtung. Bei vollem Wassertank leuchtet sie rot. Der Luftentfeuchter verfügt außerdem über einen Timer. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Miko Dry ABC 12 LB Luftentfeuchter. Der Miko Dry ABC 12 LB ist ein Luftentfeuchter, der mit seinen 165 Watt eine Trocknungsleistung von 12 Litern pro Tag erreicht. Der Raumentfeuchter ist mit einer Geräuschemissions- und Energiespartechnik ausgestattet, die laut Anbieter Lautstärke und Stromverbrauch reduzieren. Die maximale Betriebslautstärke liegt bei 40 Dezibel. Der integrierte Wassertank des Kompressionstrockners fast bis zu 2,6 Litern. Mit Wäschemodus, der Luftentfeuchter hat einen Wäschemodus, in dem er 6 Stunden läuft, um den Trocknungsprozess gewaschener Wäsche zu unterstützen. Der Luftentfeuchter von Miko lässt sich über ein Bedienfeld an der Oberseite bedienen. Er ist mit einer Autostopp-Funktion ausgestattet, dank der er seinen Betrieb bei vollem Wassertank automatisch einstellt. Der Luftentfeuchter von Miko ist weiß mit einer schwarzen Oberseite und hat abgerundeten Kanten. Alternativ ist er mit einer Oberseite in Silber zu haben. Er ist 30 x 25 x 46,3 cm groß, das Gewicht beträgt 12,4 kg. Wie hilft ein Luftentfeuchter beim Wäschetrocknen? Je geringer die Luftfeuchtigkeit ist, umso mehr Feuchtigkeit kann Luft aufnehmen. Das bedeutet im Umkehrschluss. Je trockener die Raumluft ist, desto schneller kann Wäsche austrocknen. Der nächste Produkt ist der Longitas Hugo Ariatril Light DNS 65 Luftentfeuchter Miko Dry ABC 12 LB Luftentfeuchter. Der DeLongitas Hugo Ariatril Light DNS 65 Luftentfeuchter arbeitet mit 695 Watt und hat eine Trocknungsleistung von 6 Litern pro Tag. In den Wassertank des Kompressionstrockners passen 2,8 Liter hinein. Alternativ lässt sich ein Drainageschlauch anschließen, um das Wasser direkt abzuleiten. Der Luftentfeuchter arbeitet bei Temperaturen zwischen 1 und 40 Grad Celsius und wird in Betrieb nicht lauter als 48 Dezibel. Mit Ionisator und Bakterienfilter. Der Luftentfeuchter von DeLonghi hat einen integrierten Ionisator und Bakterienfilter. Damit trocknet er die Raumluft nicht nur, sondern reinigt sie auch und befreit sie gleichzeitig von Bakterien. Der Tusky Hugo Ariatril Light DNS 65 aus unserem Vergleich lässt sich über ein Display mit berührungsempfindlichen Soft-Touch-Tasten an der Oberseite bedienen. Das Luftentfeuchtungsgerät aus unserem Vergleich bietet seinem Nutzer dank Hygrostat-Steuerung die Möglichkeit, seine gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen. Auf dem Display zeigt der Entfeuchter den Füllstand des Wassertanks an. Für einen leichteren Transport ist das Gerät mit einem Tragegriff ausgestattet. Der Luftentfeuchter von DeLonghi hat ein dunkelgraues Design mit hellgrauer Vorderseite und abgerundeten Kanten. Er hat Abmessungen von 34,0 x 19,2 x 50,1 cm und wiegt 6,5 kg. Der nächste Produkt ist ProBreeze PB08 EU Luftentfeuchter Suntec Trifix 20 Lumeo Luftentfeuchter. Der ProBreeze PB08 EU Luftentfeuchter ist mit einem Lauthersteller hochleistungsstarken Kompressor ausgerüstet. Er ist in weiß gestaltet und hat eine Lautstärke von 48 Dezibel. Seine Abmessungen lauten 20 cm Höhe, 32 cm Breite und 58 cm Länge. Mit Feuchtigkeitskontrollleuchte Die Kontrolllampe informiert über die aktuelle Luftfeuchtigkeit. Leuchtet sie grün, liegt die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70%. Bei einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 50% leuchtet die Lampe blau und bei einer Feuchtigkeit von mehr als 70% rot. Mithilfe des Luftentfeuchters von ProBreeze ist es möglich, bis zu 20 Litern innerhalb eines Tages aus der Raumluft zu entfernen. Das Modell verfügt über einen 5,5 Liter Wassertank. Wer den Wassertank während des Betriebs nicht manuell entleeren möchte, kann den mitgelieferten Ablaufschlauch nutzen. Er ermöglicht einen ständigen Wasserablauf. Weiterhin ist das Entfeuchtungsgerät mit vier Betriebsarten ausgerüstet. Im Normalmodus besteht die Möglichkeit, die Gebläsegeschwindigkeit und die gewünschte Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 80% einzustellen. Bei Erreichen des gewünschten Luftfeuchtigkeitswerts schaltet sich der Entfeuchter eigenständig aus. Neben dem Normalmodus ist es möglich, einen schwachen bzw. einen starken Betrieb oder den Waschraummodus einzustellen. In diesen drei Modi arbeitet das Gerät im Dauerbetrieb. Zur weiteren Ausstattung des ProBreeze Luftentfeuchters gehören LED Display. Auf dem Display ist die derzeitige Luftfeuchtigkeit und die aktuelle Temperatur überablesbar. Timer – Dank des Timers ist es möglich, eine Ausschaltzeit oder eine Einschaltzeit festzulegen. Einstellbar ist eine Zeit zwischen einer und 24 Stunden. Kindersicherung – Die Kindersicherung ermöglicht es, die Bedi-Entasten zu sperren. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.